jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video heute mache ich mal ein kleines update zu outer legends of the arena es ist mittlerweile schon jetzt ist einfach ja schon 2022 es ist jetzt schon zwei jahre her dass dieses spiel wieder rausgebracht wurde und ich erzähle euch jetzt einfach mal wie es weitergeht also leute wie gesagt das spiel ist jetzt mittlerweile seit fast zwei jahren wurde das hier wieder rausgebracht aber leider halt natürlich nur den trainingsmodus und es war gleich zum online hat natürlich nichts ist es geil dass man es mal wieder machen kann so aber der online modus wäre so was von krank wenn es den wieder geben würde das spiel das ist einfach kindheit des spiels so simpel aufgebaut aber das reicht mir einfach komplett vor allem dass es auch avatar ist man ich schaue immer wieder auf dem discord ob es irgendwelche neuigkeiten zu dem spiel hier gibt aber leider bewegt sich da wirklich gar nichts leute ich sage euch ganz ehrlich ich habe leider nicht die hoffnung dass das hier noch was wird dass hier irgendwann die online modi wieder zurückkommen aber sollte etwas kommen dann seid ihr auf jeden fall die ersten dieser fahrt dann werde ich direkt ein video machen und es ja online stellen ich wünsche es mir wirklich sehr das spiel war halt echt sowas von geil wie schade dass solche spiele einfach eingestellt werden man es gibt ja auch so ein paar ähnliche spiele aber ich will einfach dieses avatar feeling man also wie schon gesagt leute es sieht leider nicht sehr gut aus mit dem multiplayer ich denke mal das wird auf jeden fall noch eine weile dauern bis ich damals tut ich freue mich dass sie eingeschalten habt und wie gesagt sollte der multiplayer irgendwann mal kommen dann seid ihr die allerersten dieser fahrt ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt bis zum nächsten mal haut rein und ciao